Das ist bereits die 18. Velodour, die die Männrege von der alten Sektion durchführt. Es gibt jeweils zwei Gruppen, die sportlichen Fahrer und die Genussfahrer, die es etwas blödlicher nehmen. Die Route am ersten Tag führt von Brattelen über die Schaufmatt, auf Olten, den Zofigen, Sursee und Notwil, wo wir übernachten. Die Genussfahrer verladen die Velodour im Brattelen und fahren mit dem Zug auf Olten. Und Prost zusammen! Notwil haben alle gefunden und das ohne Regenschirm. Aus geht es eigentlich nicht geschmeckt. Gell, Hans? Nach dem Velodpumpen geht es weiter über Sembach, Bärmünster, Halwilensee, Lenzburg, Aarau, Erlensbach, dann über die Zahlhöhe, über Ammel und zurück auf Brattelen. Das ist der Masten von Radio Bärmünster, auch Nostalgie. Das Mittagessen hier in Lenzburg. Die Gäste von Bernhard Harten ist aufgetauscht. Hier in Lenzburg. Ich würde mich zu sehen. Schöne, Sie kommen hier in Lenzburg. Bild campeern auf die Tränen? Geht es nicht. Das ist ein Bärmünster. Wie kann es hier auf dem Lenzburg? Zum letzten Mal, Prost zusammen und bis zum nächsten Jahr.